ja ja hatte schon ja hatte schon es geht mal wieder weiter mit der aufwertung unserer schönen stadt der schönstadt hat pikunia für das ist aber auch stufe 4 aufbau des der rest der stufe 2 ja selber schuld mein freund gut da nicht wieder aber ich kann ja alles gekauft habe geld genug so wieder ein bisschen was jetzt gehen wir kurz mal geld holen ja kurz geld holen natürlich dein bus kaufen so das immer wieder und dann kauf mal den nächsten bus also wer wusste der ruhe an die kuh die unterwegs sind also schon da gibt es überhaupt da muss ja nicht immer nur einmal fahrt die ist nämlich jetzt für die route 45 ok also was ist gekauft so gute wäre gut 46 sogar ist es eingebaut und eingekauft so bis es hinter dort so ist es hier schnell reise so ich kaufe zu viele zitarus aber das ding lohnt sich jetzt der macht auch spaß der wagen also gerade ist auf der anderen seite der zu zig richtig so natürlich nicht die städte mich auf der anderen seite oder so da sind wir schon wieder so fack hatte Normale Warum? Was ist denn jetzt wieder falsch an dir? So, also Jetzt stimmt's So, äh Normale Fahrkarte, Tageskarte Warum die nicht automatisch reingeht Das YouTube-Wache ist es ein bisschen blöder Solltest du eigentlich heute Sollte eigentlich automatisch reingehen Washington Street So, jetzt jede Zeit Immer Busse wieder auf die Routen geschickt Und so besser Und so besser so abgefahren wird Und besser ist es halt im Aufbau Wir sind unsere Aufgabe Ist es weiterhin, wie gesagt, die Kuli aufzubauen Kann ich ja, ich muss ja hier links Okay bitte. Okay. Danke. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Ah, der heute Fahrer wäre mit drauf. Perfekt. So, Rappen wieder rein. Oh, weiter geht die Reise. Rest, oh Gott, weh. Gut, die Haltestelle hat eh nur vier Haltestellen. Streck hat eh nur vier Haltestellen hier. Ich hoffe, dass wir es einfach geschafft haben. Du hängst jetzt hier seit eh zig Folgen dran an dieser Stelle und es kommt gefühlt nichts weiter. Oh, gut, gut. gas runter geht vor allem in der kurve wir sind jetzt eigentlich schon komplett austausch unterwegs warum auch immer ja da steht einiges ah die werde ich wieder löschen hier bitte wo ich es wollen aus planen kann so eine normale verkannte tageskarte so gut du willst dich bitte aber hier wollte ich bitte lincoln street letzte halte stelle auf dieser route hier haben wir gesagt ich werde sie wieder löschen ich brauche die strecke ja das bringt mir ja mehr als wenn ich jetzt hier außerhalb der gegend um die weg in oakwood unterwegs bin das war die route 4 ja wenn wir nicht an der alten stelle sind ja ja die krise so ich werde sie wieder raus nehmen gut so rote wählen die wir wieder raus die rote die bringt ja sowieso nichts jawoll neue rote erstellen die rote noch die rote die rote okay lassen die rote haben wir die rote oder das ist die rote ja ja ich brauche jetzt keine neue haltestelle oder so das heißt ich hätte die gute wähl ja es ist ein bisschen blöd dass ich jetzt gerade nicht viel machen kann ich plane muss jetzt auf einen roten jahr 23 22 also ich hab hier noch nicht das heißt ich plane die auf der 23 und hier soll einen roter fahr noch mal ein bisschen hier die gegend jetzt ist es ein bisschen über die jetzt gerade ich muss ja wie gesagt jetzt weiterbauen was jetzt ist eine rote 44 da wir wissen sie jetzt es geht ja sicher dass wir bisher sehr pekoni aufbauen dementsprechend muss ich natürlich jetzt mit einer bus zu fahren und zum herr ich die aufbauen kann so hochwertig beide stellen und sehr kann ich wieder neue roten erstellen etwa weitermachen so ich konnte hier mal ein bisschen fackert ich wollte diese fackerte kontrolliere gerade ok ich frage mich wo der hier gerade steht hallo verkauft wird würde ich setze besitzen wir sollten sind sollte verkauft kontrollieren ja ich zeige ihnen aber nicht ich ich werde mal hier den bus gerade eine pause super das war jetzt nicht geplant ich ziehe die rote wieder rein ich ziehe die rote wieder rein so da steht jetzt die nächsten hafen fahrgäste ich stehe immer noch teilweise auf der 1 nicht ich mit wo habe ich wieder scheiß fußgänger gefahren er hat jetzt ja dann weil ich rum wenn wir da sind heute los so ich habe da zweimal gestanden die leute ich verstehe es manchmal nicht die wollen mitfahren steigen aber nicht ein und dann bin ich weiter fahre weil ich denke mir okay es passt schon es wird keine eigene ich wünschte wir hätten aber so etwas das ist super ich kann nicht erstellen nach 30 staffeln winter of passion dachte ich ich gucke nie wieder eine tete ich kann die nächste folge okay danke ich frage mich ob ich sowas heute mit dem spiel los ist wo liegt der bus gerade fest aber ist mir gerade hört sich egal so so und das und 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 So, jetzt haben wir noch eine Haltestelle, die aufgebaut werden können. Das sind immer noch die drei, ne? So, jetzt hier links. So, ich komme ja nicht weiter. Das ist... So. Ach, steck doch aus. Ich finde, das Spiel manchmal hat es auch seine Momente. Jetzt macht der Laude, muss ich es dir sagen. Es hat nur kleine seine WTF-Momente. So. 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 Es sind nur halt diese zwei Haltestellen da oben, nachdem ich noch ein bisschen fehle. So. Jetzt kriegt die, ne? Jetzt könnte ich wieder neue Out kriegen. Ja. So. Ja, das war es auch so... Gut, ich bin jetzt ja auch nicht gerade der super gute, tolle, vorbildliche Fahrer, wie ich das im Wie live mache. ist ja immer noch um uns spiel so linksseite ist da oben links wo ich jetzt umso mehr ich jetzt umso mehr ausbauen kann ja sehr gut ich bitte eine fahrkarte haben so will kein weiterer fahrgast mit ich habe ja schon der zahltag ich kann ja schon wieder einen neuen bus kaufen ich will ja auch mal den doppelstock bus kaufen ich hoffe ich habe auch das nächste zusammen kein neues weiter ich plane jetzt alter ein wieder aus ich habe es aber nicht geguckt was der doppelstock kostet befähigte auch dann noch das garten ja gelenkwurst hallo doch wobei ich kann auch losgefahren wieder so ganz unschuldig bin ich nicht immer die meisten zwischenfeld wir machen mal lichter irgendwas sehen und da müssen wir es eigentlich alle haben die arbeit zwar jetzt brauchen wir die nur auf drei auszubauen habe ich jetzt wieder neue heute stellen hier wird jetzt geblieben oder was ist alles klar gut so gute wählen wir haben ja schon wieder 200.000 auf der hand ich kaufe gut erstellen wir brauchen wir brauchen washington street powder street north jones street powder street business center south business center business center north business center north jones street east terroval street point lobos avenue business center south west oakwood bay west 3rd street erinnerung übernehmen jawohl der fährt da wieder einer drauf der rote also bha jetzt für pekunia auf der strecke sind so besser ist es so gut schlimm manchmal gut in der nächsten folge geht es dann weiter mit dem ganzen spaß wir müssen aber noch pekunia ausbauen bis dahin und tschüss